Nummer 5. Diese Schere verfügt über eine Ratsche, die automatisch aktiviert wird und es Ihnen ermöglicht, auch die härtesten Äste zu schneiden. Sie ist ideal zum Schneiden von Ästen bis zu einem Durchmesser von 25 mm. Das untere Schwenkblatt stützt die Äste und ermöglicht saubere Schnitte, ohne die Rinde zu beschädigen. Die Klinge kann dann den Schnitt fortsetzen. Die scharfe und kräftige obere Klinge ist aus Antihaftstahl gefertigt. Empfohlene Schnittstärke von 10 bis 24 mm. Den Link mit dem Preis für dieses Produkt finden Sie unten in der Videobeschreibung. Nummer 4. Leichte und kräftige Astschere für den universellen Einsatz im Garten. Ideal durch Gewicht und einfache Handhabung. Mit Klinge aus japanischem Präzisionsstahl SK5. Untere Klinge aus verkromtem Kohlenstoffstahl. Die Antihaftbeschichtung der Klinge ermöglicht einen glatten, sauberen Schnitt. Sie hat eine hohe Schneidkapazität und einen komfortablen Griff. Sie können den Preis dieses Artikels sehen, indem Sie auf den Link in der Beschreibung klicken. Nummer 3. Die Klinge dieser Astschere ist aus hochwertigem Kohlenstoffstahl gefertigt, so dass Sie schneiden und stutzen können, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass sich die Klinge verbiegt, bricht oder verformt. Sie ist mit einer Antikorrosionsbeschichtung versehen, so dass sie rostfrei bleibt. Ihre unsichtbaren Federn versprechen und gewährleisten eine einfache Handhabung. Wenn Sie an diesem Artikel interessiert sind, finden Sie den Link in der Beschreibung. Nummer 2. Die Klingen aus Karbonstahl und der bequeme Kunststoffgriff sorgen für eine effiziente Handhabung. Sie ist einfach zu handhaben, und selbst wenn Sie ein Anfänger sind, wird Sie diese Schere nicht abschrecken. Der beschichtete Stahl ermöglicht eine mühelose Gartenarbeit, und außerdem oxidieren die Stahlklingen nicht mit der Zeit, was eine lang anhaltende Leistung garantiert. Den Link für dieses Produkt finden Sie am Ende der Beschreibung. Nummer 1. Die Falco Schere von Grüntec hat einen ergonomischen, gummierten Griff und ein praktisches Einhandverriegelungssystem. Die Klinge ist dicker und stärker für bis zu 48 mm. Ausgezeichnetes Produkt. Den Link zu diesem Artikel finden Sie in der Beschreibung.